Und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von GenoTV. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich befinde mich heute hier in der Arena Nürnberger Versicherung am Samstagabend hier zur Eisdisco. Zusammen mit der Arena Nürnberger Versicherung verlosen wir 5x2 Eintrittskarten für die Eisdisco. Wenn du mit dabei sein möchtest, dann teile den Beitrag oder kommentiere ihn. Ich drücke dir die Daumen und wünsche euch viel Spaß beim Eislaufen.